Wir gehen jetzt rein in Geogäster, ja? Weil ich euch liebe. Weil ich euch liebe, ja? Wir müssen kaufen jetzt. Heute ist der Minustag an der Minustage, oder? Wir haben Geogäster gekauft. Geh doch da oben rechts ist doch Geogäster, Junge, ja? Mach mal einer 100 Subs jetzt. Ich zeig euch, wie man Geld verliert. Ich schwöre, in Geomofri war ich immer richtig gut, ja? Was? Geht rein, explore the world, play, play, easy, ja? Haben wir grad gezahlt? Ja. Chat, sollen wir easy, medium, hard, impossible? Es gibt nur easy und medium. Erstmal easy spielen, Bruder, alles andere, das kriegen wir doch eh nicht hin. Ich spiel easy, Chat. Ich schwöre easy. Okay. Next. Germany? Ey, warte mal, wir haben was falsches gekauft, ja? Was haben wir hier gekauft? Was muss man machen denn, Freunde? Chat, was haben wir... Ah, nein! Ikea! Ah, okay, okay, ich verstehe. Ähm... Guck mal ein Kennzeichen von einem Auto an. Ne, hier rechts den Laster. Den Laster, die haben ein Kennzeichen weg, aber hier ist Elastano, das heißt mit E. Was gibt's in Deutschland mit E? Wir sind auf jeden Fall in Deutschland. Wo ist Deutschland hier? Warte, was für Deutschland? Klar, Junge, Ikea gibt's nur in Deutschland. Nein, Ikea kommt in Deutschland. Warte, die Vorwahl? Plus... Plus 4,5? Ne, das ist nicht Deutschland, das ist Österreich. Nein, Ikea kommt aus Schweden. Chat, wo ist Schweden hier, ja? Das war Schweden, Bruder. Brauchst du mir? Wo ist Schweden, Chat? Guck mal, wo Schweden... Hier, Schweden. Oh mein Gott! Was denn? Wir sind nah dran gewesen, Junge. Ikea kommt aus Schweden, du Mellauf, Alter, ja? Famous Arttours. Boah, da kenn ich mich gut aus. Okay, das ist in Bayern, das sehst du. Nein, nein, das ist London. Nein, guck mal. Das ist London. Nein, Bruder. Ich war doch in London. Hier, das ist Dollar, das ist Pfund! Das ist London! Was schreist du die ganze Zeit so, Junge, ja? Sag doch, das ist London! Ich seh doch an seinem Rucksack, dass der nicht aus London kommt! Aber das ist Pfund, Pfund, Pfund! United Kingdom, oben links. Ja, auf jeden Fall. Siehst du, in England ist das! Ja, Bruder, ja. Ich schwöre, ich hab gesagt England. Okay, das ist Frankfurt, das siehst du sofort. Warte doch mal, ja? Das ist Frankfurt, das siehst du an den Tauern, ja? Wie geht es dir, ja? Ein weiter, siehst du, ganz einfach. Oh mein Gott, ich sehe an der Brücke und an dem Haus. Kann man laufen? Nein. Nein. Ne, das ist doch mal kurz chillen, Junge, ja? Sag doch dasselbe, Bruder! Das ist an den Wäldern, Poseidon. Ich glaub, das kannst du schon in Afrika. Nein, Junge, das siehst du auch hier wie der Schweden, Bruder, wegen Ikea. Esrongel? Ah, Esrongel! Nee! Kanada! Was für Kanada? Vertrauen wir doch! Ja! Junge, Damage, Damage! Come on! Schaden, Bruder! Try again! Chat, waren wir gut oder nicht? Nein, kacke, ma! Ey, wir müssen uns jetzt mal wirklich Mühe geben, Chat, ja? Ich schwöre, wir müssen uns jetzt einmal Mühe geben. Wir sind bald mal trip, trip! Ja, hallo! Wir gehen auf den Trip, in unserem Favoriten, Glückwunsch Trip! Tididdu ist die... Okay, Chat, die Gläser! Junge, kann ich mal auch mehr mitspielen, Junge? Du musst, Bruder! Du musst mitraten! Ich seh doch schon... Rechts, da sind Flaggen! Warte doch mal! Du musst erst mal das analysieren! Rechts sind Flaggen! Chill doch mal! Guck doch mal die Flaggen da, Aslan! Wir gehen doch gleich in! Das ist Kanada! Ja, Rot, Weiß, Rot! Hier, Arsenal. Ne, das sind deutsche Schilder. Ey, das sind deutsche Schilder. Chad, wo ist Rolex, ja? In welchem Land? Du musst mir jetzt einfach mal einmal vertrauen, ja? Du drückst irgendwo drauf, Bruder. Vertrauen wir doch einfach mal, ja? Warte mal kurz, lass mich überlegen, ja. Ich schwör auf alles, ich wollte das machen, ja? Switzerland. Ich hör nicht mehr auf dich, Bruder. Jeder darf einzeln machen. Chad, warum kann ich nicht drücken, ja? Warum geht das nicht? Play. Resume. Upgrade. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Hör auf, hör auf, hör auf. Uah. Du bist mit meinem Paper verbunden, du Schwein. Oh, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry. Ey! Oh. Ja, ich sehe jetzt, ich habe nicht Störer an. Das sind die ganzen Paper-Nachrichten, Junge, ja? Oh. Mein Gott, ja. Passport, Hamburg. Weiß ich. Travel Map, Hamburg. Okay, gut. Und jetzt, Chad? Oh, du, gestern, Baby! Willkommen in Oslo, Norway. Ich check diese Spiele nicht, ja? Marbea. Warte doch mal, how many rooms dice in the Palace have? 173. Lass mal kurz mal. Lass mal kurz mal. Lass mal kurz mal. Lass mal kurz mal. Lass mal kurz. Lass mal kurz mal. Ich check das Spiel nicht. Ich hau die gleich an den in die Fresse, ja? Start. Die Fragen beantworten in den jeweiligen Städten und Ländern, Mann. Wie nix das, Bruder? Was ist das denn, Mann? Wofür hab ich jetzt so viel gekauft? Ich hab das gekauft. Piss auf dieses Spiel, Junge, ja? Ah, Sommer-Olympics. Rio de Janeiro. Nein, Türkei, oder? Lass mal kurz. Das ist Eurozahni. Italien. Warte mal. Italien, da hast du Italien. Ja, richtig. Siehst du? Okay, das sehe ich an den Hochgebäuden. Das könnte München sein. Da hat immer deine Fresse, Junge. Girl, guys, saying about the city in 2014. Ja, aber wo in Deutschland? Das wollen die doch wissen. Hungary, Junge, ja? Das selbe mit Germany und so, ja? Biggest city, space travel. Space travel ist immer wichtig, weil das hatte ich damals in SpaceX. Okay, das ist ein Dings. United States. Ja, ist doch dasselbe. Ja, wir müssen auch die Stadt nehmen. Junge, bei dir zu sprechen ist wirklich ein Krisenkopf, Junge, ja? Okay. Okay, Samsung, Samsung kommt aus Libya. Jupp. Okay, gut. Space travel, ah, den Zaun hab ich mal gesehen. Da ist, glaub ich mal, der space travel war hier. Das müsste genau hier oben sein. Jupp. Berlin! Ich schwöre Berlin, Chad. Wie geht man näher? Chad, Berlin. Das ist Brandenburger Tor. Germany, Berlin. Guck jetzt. Oh mein Gott. Drei, zwei, eins. Was war das? Hatten wir richtig? Ah, die Giraffe kommt mir bekannt vor, ja? Das müsste hier in DRC sein, ja? Ah, fuck, man! Meine Fresse, ja? Space travel kenne ich mich eigentlich aus, ja? NASA. NASA ist in... Biggest City. Biggest City. Oh! In Kenia. Das erkenne ich an dem Motorradkennzeichen, ja? Ja? Scheiße. Hilf mir doch mal! Soll ich helfen? Du spielst die ganze Zeit alleine, Junge, ja? Du drückst irgendwelche Klöpfe, das macht keinen Sinn mit dir. Hier, guck mal hier hin. Was soll ich da gucken, Bruder? Das war in... Du drückst nicht irgendwelche Klöpfe, du hast doch keinen Plan, Bruder. Keine Ahnung, Junge, oder? Nicht, alter, heul doch nicht immer rum, ja? Sag ich, hör mal, du spielst doch, ich guck zu, hä? Ich check das nicht, ja, das Spiel. Tja, was soll ich denn sagen, Bruder? Ich kann das Spiel nicht, Bruder, ich kenn keine Länder, Junge, ja? Ja, du musst doch recherchieren, gucken. Wie soll ich denn, woher soll ich wissen, wo ein... Oh, Schilder angucken, Kennzeichen angucken, Straßenschilder angucken, solche... Eyecatchers, Bruder. Eyecatchers, sag ich... Chit! Boah! Chit! Wir rufen jetzt, ich ruf vier Zuschauer an und Sammy ruf vier Zuschauer an und wir quatschen einfach mal ein bisschen mit euch. Ich will einfach ein bisschen quatschen mit euch. Bringt uns zum Lachen, lasst uns ein bisschen quatschen, lasst uns Spaß haben. Ihr müsst uns auf Instagram einfach ganz normal auf Instagram anrufen. Mein Handy hängt! Weißt du auch? Ich hab einen. Ich hab einen. Hallo! Was geht? Mein Handy hängt. Weißt du auch? Was geht? Was geht? Ey, du siehst aus wie Jordan, Junge. Ey, du siehst aus wie Jordan, Junge. Sammy soll seine Fresse halten. Boah! 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 Es geht. Ey! Ja, es funktioniert. Ja! Hey, es funktioniert. Ja! 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 Schrei mal so laut wie du kannst, Jan. ich komme nicht mal weiter hier weißt du was wir machen wir machen das sonntag nach fifa mit aber ich glaube wir machen das auf disco macht so gar keinen sinn da alle dabei waren es war eine geile woche wir freuen uns auf die nächste woche sonntag 20 uhr fifa match i love you chit er will bestraffungsideen habt könnt ihr die gerne auf instagram schreiben wir sind 300 euro minus ne ja okay